Hallo ihr Lieben, willkommen bei In Form hier bei SWR Sport mit mir Fernanda Brandau. Und heute machen wir einen schönen Bauchflow. Jeder möchte einen schönen Bauch haben, nur wissen wir ganz oft nicht, wie kommen wir da hin, welche Übungen machen wir, was essen wir. Heute geht es um die gesamte Bauchmuskulatur, um die geraden Muskeln, die schrägen, die seitlichen, alles. Der gesamte Chor wird jetzt bearbeitet in einem Flow, das heißt wir machen keine Pause, sondern machen eine Übung nach der anderen, bis die Zeit zu Ende ist. Bist du bereit? Dann starten wir mit einem ganz kleinen Warm-up von 1 Minute 15 und wenn du möchtest, es gibt einen XL-Warm-up hier in unserer Bibliothek, Videothek. Schau es dir einfach an. Atme einmal tief ein. Und wieder aus. Und nochmal einatmen. Auf und aus. Und wir laufen locker auf der Stelle. Hier geht es nur darum, unseren Kreislauf in Schwung zu bringen. Bisschen aufzuwecken. Und wir ziehen die Knie nach oben. Sehr schön. Locker das Ganze, es ist nur ein Warm-up. Gleich werden wir uns auf den Boden legen und uns nur unserem Bauch widmen. So, relaxen, kurz ausschütteln. Wir strecken einmal die Bauchmuskulatur. Mach einen Bogen nach hinten. Und lösen. Und den gleichen Bogen zur Seite. Gewinne Länge in deine Flanken. So was kannst du auch übrigens wunderbar machen morgens nach dem Aufstehen. In alle Richtungen. Und einmal nach unten. Und wirbel für wirbel, ganz langsam und bewusst wieder aufrollen. So, wir starten nun mit unserem Flow. Komm mit mir auf deine Matte. In die Rückenlage. Wir starten mit den klassischen Crunches. Dazu gibt es ein super Technik-Video. Schau es dir an. Komm mit mir auf die Rückenlage. Hände sind hinterm Kopf. Dein unterer Rücken klebt an der Matte. Eine Faustabstand zwischen Kinn und Brust. Los geht's. Und eins. Zwei. Wenn du oben bist, atmest du aus. Und unten ein. Du legst deine Schulter nicht komplett auf den Boden ab. Sondern hältst das Gewicht mit deiner Bauchmuskulatur. Es ist nur ein lockeres Abrollen. Aber es ist nicht runterplumpsen. Sondern behalte die Spannung. Okay. Hoch. Und hoch. In dieser Übung bearbeiten wir vor allem die geraden Bauchmuskeln. Und die oberen Bauchmuskeln. Weniger die unteren. Wir machen eine kleine Variation mit den Füßen. Fußspitze aufstellen. Das geht noch mehr auf die unteren Bauchmuskeln. Und hoch. Hab nicht das Gefühl, dass du zu deinen Knien möchtest. Sondern du willst nach oben. Zum Himmel. Zur Decke. Bleib dabei. Und schön weiter lächeln. Weiteratmen. Unterstütz deinen Hals. Trage also ein bisschen von dem Gewicht deines Kopfes in deine Hände. Okay. Wir überschlagen ein Bein über das andere. Setz den Fuß wieder ab. Und jetzt bringen wir unseren Ellenbogen zu unserem Knie. Die andere Hand ist ausgestreckt. Los geht's. Hoch. Hoch. Das gleiche Prinzip. Du atmest aus. Fühlt, wenn du oben bist. Und unten ein. Und jetzt bleib hier oben und mach nur kleine Bounce. 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 Unser Bauch liebt es, wenn wir die Geschwindigkeit der Übung verändern. Da merken wir immer sofort einen Effekt. Ich merke den auf jeden Fall. Und lösen. Und lösen. Wir machen das Ganze auf der anderen Seite. Ellenbogen zum Knie. Los geht's. Und ausatmen. Ein. Aus. Aus. Versuch wirklich aus der schrägenden Bauchmuskulatur heraus zu arbeiten. Wir halten vorne. Wir halten vorne und bounce. Bounce. Ganz kleine. Verringer immer mehr den Abstand zwischen Knie und Ellenbogen. Vier. Drei. Zwei. Eins. Oh. Und kurz lösen. Nimm deine Arme und deine Zöpfe zur Seite. Lege die Hände ungefähr auf Hüfthöhe, aber ein bisschen weiter seitlich ausgespreizt. Weiter weg vom Körper. Wir machen Reverse Crunches. Das heißt, du nimmst deine Beine nach oben. Und es geht jetzt darum, die Hüfte vom Boden zu heben. Benutz deine Hände als Gegenpool, als Gegengewicht. Los geht's. Und hoch. Hoch. Oben ausatmen. Unten ein. Habt das Gefühl, du schiebst ein Tablett nach oben. Und das Tablett liegt auf deinen Füßen. Und du möchtest natürlich nicht, dass die Gläser runterfallen. Mach es ganz kontrolliert. Oft sieht man, dass die Leute das machen. Das ist leicht, mit Schwung zu arbeiten. Das wollen wir nicht. Wir wollen hoch. Mit Kraft. Gut. Okay. Kurze Entspannung. Wir gehen einmal hoch. Twisten. Wieder hoch. Und setzen ab. Wie das Ganze aussieht, machen wir jetzt. Los geht's. Hoch. Twist. Hoch. Ab. Hoch. Twist. Hoch. Und ab. Hoch. Twist. Bei dem Twist. Bei dem Twist spürst du, wie das deine seitliche Bauchmuskulatur beansprucht. Letztes Mal. Und kurze Entspannung. Twist. Hoch. Ab. Und kurze Entspannung. Sehr schön. Wenn ihr zwischendurch das Gefühl habt, ihr müsst mal in eine Gegenbewegung gehen, dann streckt euch mal. Macht den Bauch ganz lang. Und atmet kurz durch. Yes. Wir bleiben bei unseren Crunches. Hände hinter dem Kopf. In eine Variation, wo wir Ellenbogen und Knie in der Mitte treffen. Und zwar so. Und wieder wechseln. Und atme nicht vergessen. Sehr gut. Wir werden ein bisschen schneller. Go. Oh, da schreit der Bauch. Aber das ist das, was wir wollen. Wir wollen ein Sixpack. Aber wir wollen nicht nur gut aussehen. Wir wollen stark sein. Wir wollen eine starke Körpermitte haben. Noch acht. Und lösen. Kurz relaxen. Eine andere Gegenbewegung, die auch sehr schön ist, um den Bauch zu entspannen, ist, wenn du dein Becken kippst und die ganze Wirbelsäule Wirbel für Wirbel nach oben ziehst. Und dich hier kurz entspannst. Und lösen. Wir kommen zu den Planks. Auch dazu haben wir ein Tutorial, wo wir genau erklären, wie man richtig plankt. Denn das ist eine so wirksame Übung, die aber sehr, sehr häufig falsch gemacht wird. Also, komm in die Vierfüßlerstellung. Und von hier. Und von hier. Es ist nämlich eine sehr anstrengende Übung, die aber gar nicht so aussieht, wenn man sie mit Leichtigkeit und Freude ausführt. Es gibt viele Plank-Challenges, wo die Leute fünf Minuten planken, Stunden, ich glaube, es gibt sogar Weltrekorde von Tage. Warum ist diese Übung so gut? Warum ist diese Übung so gut? Und in der Plank nehmen wir ein Fuß nach oben und halten in der Luft. Und dann geht es mit dem Gewicht. Und dann geht es mit dem Gewicht. Und dann geht es mit dem Gewicht mehr von dem Gewicht. drehen wir uns in den Side Plank. Was passiert? Ein Arm kommt in die Mitte und wir drehen uns auf die äußere Kante von unserem Fuß. Die beiden Arme bilden eine Linie. Was auch häufig bei dieser Übung passiert, ist, dass die Leute hier einsacken. Das könnt ihr besser sehen. Das wollt ihr nicht. Schiebt diese Hüfte nach oben und bildet eine Linie. Und halten. Oft wackelt auch der Arm, der zittert. Das ist alles völlig normal. Genau, hier nicht absinken, sondern schön nach oben drücken. Das ist eine perfekte Side Plank. Und wir kommen zurück in die normale Plank. Durchatmen. Und wechseln die Seite zur anderen Seite. Schön auf die Fußkante. Das Gewicht legen. Popo einziehen. Hüfte nach oben drücken. Und die Arme schön übereinander stellen. Vielleicht könnt ihr euch auch sehen an eurem Handy, Spiegel, Computer. Korrigiert euch selbst. Immer, immer wieder. Und zurück zur Mitte. Wir halten die Plank, aber jetzt in einen Unterarmstütz. Das heißt, komm mit mir eine Stufe tiefer. Und halte deinen Körper minimal über den Boden. Hab das Gefühl, du bist eine Brücke. Eine schöne Brücke. Halten. Halten. Was auch echt hilft, ist, wenn ihr das Gefühl habt, ihr zieht eure Ellenbogen zu euren Füßen. Das sorgt für eine extra Spannung hier in diesem mittleren Bereich. Ich lebe diese Übung. Und lösen. Kommt zurück in die Rückenlage. Jetzt kommt The Great Ending. Schönes Abschluss. Eine sehr, sehr, sehr schöne Abschlussübung. Eine meiner Lieblingsübungen. Kommt aus dem Pilates. Heißt 100. Beim Pilates atmen wir ein bisschen anders. Und diese Atmung erkläre ich euch jetzt. Atme tief ein durch die Nase. Und beim Ausatmen wird dein Bauch ganz flach und klebt auf den Boden. Der Rücken klebt auf den Boden. Hier passt nichts zwischen. Okay? Halte diese Spannung in der Mitte und atme nur noch in die Flanken rein. Hier bleibt alles gleich. Du atmest aber weiterhin. Okay? Nimm die Füße nach oben im 90-Grad-Winkel. Die Arme sind gestreckt und mit ganz, ganz, ganz viel Spannung. Und wir wippen nur. Wippen, wippen, wippen. Und schneller werden. Und hol die ganze Kraft aus der Mitte deines Körpers. Okay? Und denk daran, dass der Bauch hier unten flach bleibt. Dass der untere Rücken im vollen Kontakt zu der Matte steht. Halte auch ein bisschen Abstand zwischen Kinn und Brust. Wir wollen ja den Doppelkinn vermeiden. Und weiter lächeln. Und weiter wippen. Hör noch ein bisschen. Das ist unsere letzte Übung. Die Hero-Übung. Die Handels gehen auch ein bisschen komplizierter mit ausgestreckten Beinen. Aber wir machen heute mal die milde Variante für dich zu Hause. Noch 20 Sekunden. Komm, jetzt komm noch ein bisschen weiter nach oben mit deinem Oberkörper. Und gib noch mehr Power in die Hand. Yes! Und wippen, wippen, wippen. Sehr, sehr gut. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Juhu! Du hast es geschafft. Wir machen unsere Übung zur Entspannung. Zieh dein Steißbein zuerst hoch. Kipp das Becken nach oben. Wie eine Schneekette ziehst du jeden einzelnen Wirbel hoch. Und mach dich rund, sodass du auf den Schultern liegst. Deine Hände kannst du zusammenbringen zu einer Faust unter deinem Rücken. Und versuch zu entspannen. Das hat der Dickste mitzutun, den Po besonders anzuspannen, sondern wirklich den Bauch zu dehnen. Und relaxen. Wir haben ein schönes XL-Cooldown für dich. Wenn du alle Körperpartien entspannen möchtest und eine schöne Dehnung haben willst, guck dir die Videos einfach an. Und was noch zu einem schönen Bauch gehört, ist natürlich die perfekte Ernährung. Ich mache gerne zum Beispiel Green Juices oder Ingwerwasser. Alles, was den Stoffwechsel unterstützt und auch die Verdauung unterstützt. Denn der Sixpack, der wird in der Küche gemacht. Nicht auf der Matte. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, in Form mit mir. zu Hause. Tschau! Jungs! Ich spiel